Unser Schlafzimmer. Ein Blick raus auf den Balkon. Und hinten ist mehr. Man sieht es eigentlich recht gut. Das ist dann Essbereich mit Küche. Und jetzt kommen wir in Jules Schlafzimmer. Das ist das zweite Schlafzimmer. Da ist Jule drin. Natürlich auch mit Meerblick. Das Wetter heute leider etwas verregnet. Heute Vormittag hat es geregnet. Und jetzt ab der Mittagszeit ist wie gestern wieder richtig schönes, tolles, warmes Wetter. Jetzt gehen wir noch einen kleinen Spaziergang machen zur Villa Angelina. Da soll angeblich die Sissi auch ab und an gewesen sein. Okay, dann sehen wir uns wieder unterwegs. Die Sissi auch ab und angeblich die Sissi auch ab. Also da oben wohnen wir. Das ist unser Zimmer. Die Sissi auch ab und angeblich die Sissi. Die Sissi auch ab und angeblich die Sissi. Die Sissi und die Sissi auch ab und angeblich die Sissi auch ab und angeblich die Sissi auch ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist die Villa Angelina, wo sich Sissi mit Fürst Metternich getroffen hat. Die Villa Angelina, wo sich Sissi mit Fürst Metternich getroffen hat. Die Villa Angelina, wo sich Sissi mit Fürst Metternich getroffen hat. Die Villa Angelina, wo sich Sissi mit Fürst Metternich getroffen hat. Die Villa Angelina, wo sich Sissi mit Fürst Metternich getroffen hat. Die Villa Angelina, wo sich Sissi mit Fürst Metternich getroffen hat. Die Villa Angelina, wo sich Sissi mit Fürst Metternich getroffen hat. . ja jetzt haben wir noch circa ein dreiviertel stunden rückmarsch auf diesen schönen weg hier immer am meer entlang so 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 Überall hat es Badebucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Überall hat es Badebucht. Überall hat es Badebucht. Überall hat es Badebucht. Da oben ist dann der Swimmingpool. Das war uns dann das Meer. Fahrtplatz. Und hier steht unser Hänseli. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier geht es also rauf zum Polen. Da schaue ich einmal gerade wie der ausschaut. Ja, schöne Sicht aufs Meer. Sieht eigentlich so gerade schön aus. Okay. Schön. Wir sind also jetzt auf der Heimfahrt. Ein Stau nach dem anderen. Dann macht mir jetzt so nichts aus, aber es zieht sich dann halt jetzt. Machen wir eine kurze Pause, Juli ein bisschen laufen lassen und wir vielleicht noch einen Kaffee trinken. Aber sonst ist alles okay.